Hallo und herzlich willkommen zurück hier erneut zu How to Survive. Wir befinden uns hier immer noch in der Mission, wo wir die Päckchen finden müssen hier für unseren Piloten. Ich glaube wir spielen hier schon, jawohl, drei Folgen oder so machen wir es schon. Unser Spielstand steht auf 93%, aber es will einfach nicht enden. Die Päckchen sind ziemlich stark verstreut. Okay, auf der einen Insel haben wir jetzt alle, auf dieser hier auch und jetzt können wir hier, glaube ich, so langsam auf die erste Insel zurückkehren. Ah, du musst mir folgen. Kannst du hier runter springen? Ja, ich bin hier. Ich hoffe ich bin hier richtig gelaufen. Ja, da können wir da drauf erreichen. Ich glaube hier sind auch noch keine Piranhas, genau. Oh, die Piranhas. Was ist los, die Leute? Ah, Kopf ab. Tot. Tot, oh, oh. Oh, das ist nicht gut, das ist gerade mal gar nicht gut. Oh, ich will nicht sterben. Ich sterbe nicht. Oh. Wo kommen die ganzen Gegenden, wo kommen die... Boah, warum war denn das hier? Ein nach dem anderen hier gekippt, ne? Aber, boah. Naja, machen wir doch mal mit dem Motorräder, oder? Boah, jetzt sind wir hier ja ganz oben und dann gehen wir hier lang. Ne, wir sind es gerade an, oder? Ja. Genau, hm? Dann ist es abgeschossen, ja. Hier ist ein Heilkraut, hm? Friendly Fire da. So, dann hier lang. So. Oh, ja, jetzt deutlich weniger als gerade. Ja, warum macht der nicht? Ist so doof, warum macht der die Motorräder nicht? Ja, der Messie ist leer. Äh, das ist halt das gleiche Problem hier. Nicht, ja, gut. Oh, jetzt bist du durch den Finisher heruntergefallen. Oh, jetzt bleib hier an der Kante hängen. Oh, da geht nah, dann lassen die einfach laufen, da. Na gut, du kannst die... Das ist ja erst nicht automatisch auch manchmal. Ja, das ist blöd, hm? Ja. Ja, die Dinger hier sind es gar nicht wert, wenn die dazu drückter kommen. Ne. Sprutverschwendung. Hast du ja auffassend, das würde ja nicht runterfallen? Ah, hier, hier ist man ein bisschen... Ja, die sind schon... Ja, mit der Weste da... Nervig. Ich glaube, wir können einfach hier runter. Wir sind ja schon beim Ziel. Ah, wir können auch noch mal einen Schluck trinken, da. Ja, noch mal ein Schluckchen trinken. So, ich zumindest hier. Und ich glaube, hier lang. Genau. Dann kommen wir zur Insel Nummer 1 zurück. Oh, das wollte ich nie. Ich wollte sprinten und nicht schlagen. Ich habe einmal den oberen anstatt den unteren gedrückt. Ähm... Ist das das Boot hier, oder... Ist das das Boot? Doch, das ist das, genau. Nein. Nein, hm? Ach, guck mal, die stehen da schon, hier auf unserer... Die warten auf unseren Piloten, hm? Wo ist das doch das Boot gewesen? Ne. Das ist das. Hm? Hm, ich hoffe, das alles ist das Richtige. Tuk, 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 tuk. Jetzt mal direkt mal auf die Karte schauen, ob das auch hier... Ne, das war falsch, hm? Ah. Und dann fahren wir direkt nochmal hier, bevor wir über die halbe Insel da latschen, fahren wir lieber mit dem richtigen Boot. Genau. Ja, besser einmal gucken, als, ne? Ja. Auf jeden Fall hat er dadurch gespeichert, ist er schon mal schwein. So, dann ist es das Boot. Hoffentlich, hm? Ich hoffe auch. Ups. Nein. Da ist auch nichts. Da ist auch nichts. Wie viel haben wir denn jetzt hier gerade mal? Können wir das hier schon sehen? Verfolgen. 25 finde sämtliche Pakete von Changes. Kannst du nicht bei dir gucken? Guck mal, hier sind wir jetzt wieder hier. Mein Gott. Wir waren jetzt auf der einen. Eins, zwei, drei, vier. Hm? Na, stimmt. Ich kann schauen, wie viele Pakete ich habe, ne? 15. Ich habe 15 Pakete. Und hast du, hast gar keine? Nee. Nee. Ich habe, genau, ich habe 15. Mach nochmal hier auf, da. Mach nochmal weg. Hier ist nichts, hm? Der müssen wir unten links zu dem... Zu dem Boot, ne? Zu dem Boot. Hm, wo das auch immer hinfahren mag. Na, schau mal. Da müssen wir hin. Hm. Ich glaube, da waren wir noch nicht. Nee. Neue Insel. So, freispringen. Oh, lass uns in Ruhe. Wir wollen hier langsam durchkommen. Oh, hopp, hopp. Oder wir hauen uns mal gegenseitig kaputt. Aber nicht beide gleichzeitig. Wollte gerade sagen. Wollten immer immer kurz. Doppel Mord. Game over. Äh, warte, haben wir? Ja. Oh, ja, ja. Boah, leer. Nicht so gut. Nee, gut. Der pickt dich K.O. Hm. Oh, kann sich auch anders umbringen. Mit den Kniepeln. Mit den Kniepeln ausrüsten, mein Gott. So. Vielen Dank. So. Ey, guck doch hier. Geh die mal durch. Aber mich nicht. Werde mich. Bam. So, weiter geht's. Ah, dann wahrscheinlich hier lang. Geht ja gar nicht anders. Ja. Dann da, außen rum. Vielleicht sind wir hier bei der Marta wieder. Ich denke, da kommen jetzt ja gleich eh wieder die ganze Haufen da. Hier ist Marta, ne. Zack, zack, zack. Hätscher. Zack. So. Oh, ich glaube der macht sogar das Spiel kurz auf Pause, wenn wir auf der Karte sind. Ja, ja, machen wir auch. Ja. Und dann nicht im Menü. Dann da hoch. Ja, genau. Da sitzt wie immer die ganze Gruppe. Die sitzt da immer. Das ist wie so ein Stammtisch. Ich hab heute noch was treffen, der Zombies. Genau. Sehr fein. Wie schnell die Ausdauer da weg ist, das ist unglaublich. Oh, das sind normale. Okay. Hier richtig. Ja, das schaut perfekt aus. Ja. Brauchen wir noch eine Bombe nachher. Ich glaube, zuletzt waren wir hier über Nacht. Ich glaube, wir können hier schlafen. Wir waren ein Safe-Point. Oh, sehr schön. Musst du mal hauen? Schnauze. Gesundheit. Ich bin gespannt, wie die letzte Insel da ausschaut. Ich denke, die wird... Oh. Oh. Wahrscheinlich heftig. Vielleicht treffen wir ja den Kovac. Oh, ist das vielleicht Kovacs-Insel? Vielleicht. Kovacs-Insel, könntest du auch sagen. Ja, noch ein klein bisschen herrüber. Oh je. Oh, ich bin fast im Eimer. Und deine Kettensäge ist gleich leer. Pass auf. Jetzt. Mir wird tot. Scheiße. Nein. Gefressen. Uff. Ich habe auch kein Benzin mehr. Okay, aber hier oder... Warte mal, da... Warte mal. Äh, ach, da ist ein Wassertank. Aber da unten ist auch ein Benzintank, aber der ist ein bisschen weit weg. Ja. Äh, ich habe nichts mehr. Das muss halt für die großen Meute erst mal, würde ich jetzt mal abbrechen. Wir können die vielleicht von hier an laufen, hm? Sehr gut. Perfekt, ja, gut belaufen. Ja, war gerade zu überraschend. Hm, dann kommen wir jetzt hier durch. Und dann ist hier wahrscheinlich der Strand, da, wo wir hin müssen. Ich glaube, hier könnte das Boot sein, wo wir hin müssen. Ja, hier muss er sprengen, hm? Ja, ja. Ja, ja. Jawoll. Oh, scheiße, da habe ich das zweite Fall. Oh, einer, aber noch. Alle, scheiße. Scheiße, scheiße. Oh, wo kommt denn da alles? Alter, alter, alter. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Und nein. Da-da-da-da. Okay. Nicht gut. Da kam einiges, hm? Das war nicht so gut. Okay, dann schmeißt der in die Gruppe gleich einen Monotort, guck der rein. Ja. Jetzt müssen wir aber erst mal wieder die eine Gruppe da platt machen. Oh, das ist ja gut. War das anlaufen von da, war gut, hm? Von hier oben so. Ist der Dicke? Da ist der Dicke. Dann müssen wir aber wieder... Hm. Ein bisschen sparen. Okay. Ich glaube, ich lasse mich gleich hier nochmal umbringen Jawohl Machen wir ein bisschen mehr Energie jetzt für das Ding da So Die Bombe, am besten nur eine gleich So So, die Barriere ist weg So, jetzt kommst du direkt die von oben Scheiße, sie sind tot Der Cocktail hatte schon einiges gebraucht Ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Zeit Ja, ja, ja Das ist meine Scheiß, wie ich da Zack, zack, zack Da kommen gleich wahrscheinlich die Dicken Von vorhin Zack Oh, ich schieße in dich Ja, 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 gut, 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 gut Komm, die machen wir auch noch mit Oh, gleich ist der Tank, der Tank ist leer, der Tank ist leer Sauer Perfekt Boah, sind noch mehr, aber Da ist nur Kleinzeugs Jawohl, hm, schaut gut aus Ich glaube, wir kommen jetzt gleich zum Boot Hm Wenn die überhaupt ein Boot ist Ja, außer wie so ein Leuchtturm-Ding hier Da oben ist nur nach der unten ein Boot Ja, geh was von da oben hin, aber Die gibt's hier noch nicht Oh, 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 oh Benzin. Sehr gut. So, dann müsste jetzt gleich hier irgendwo hier das Boot auf geht. So kurz Benzin dann vorbei. Du. Aber wirklich. Stopp. So, ein Stück Stoff habe ich noch genommen. Jetzt? Ja, jetzt kommen wir. Ich bin gespannt, wohin fährt der. Eins, zwei, drei, vier, fünf Stück. Genau, das sind unsere fünf, die wir brauchen. Und wir sind da, dann ist das eine Ding direkt in der Nähe. Oh. Fuck. Fuck. Oh, ja, guck mal, den Nike-Tür mit aufgesprengt. Lange Kette. Was will Coco? Coco? Coco sieht andere große schweige Schäden. Aber Coco ist Angst. Statue. Oh Gott. Ja, genau. Werkzeugkasten haben wir hier. Boah. Scheiße, war blöd. Wo wirkt sich das denn da? Ja. Hier so ein Kovac-Ding. Triple Boomerang. Ich weiß nicht. Öffnen. Brauchen wir, glaube ich, erstmal nicht. Guck mal, was hier sonst da schon alles steht. Hier steht ja alles. Das hier ist aber nicht die Weight Watchers Party. Da ist hier die, keine Ahnung, Biggest Loser. Oh, Biggest Loser auf der Insel hier. Oh, da kannst du deinen Benzin auffüllen. Da ist gut. Langes Ohr da drin. Ein Kanister. Wer hier? Leerer Kanister. Oh, was? Der gelbe. Leerer Kanister. Oh, noch mehr von den dicken Wummen hier. Oh, und die Zombie-Dinger. Der ist im Safety-Ding. Der ist im Safety-Ding. Der ist im Safety-Ding. Ich bin nicht müde. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war. Haben wir Kettensäge? Kettensäge gleich in Einsatz. Könnte, ja. Oh, da kommen wir noch ganz viel dick her. Ich glaube, wir sind schon wieder so gut wie tot hier drin. Eigentlich kann man speichern. Ja, ich glaube, wir dürfen nicht... Wer nicht toben? Guck mal, ich kann nicht perfekt da wiederbeleben. Ist er wieder tot? Nein. Boah, guck mal, wie viele dicke da vor der Tür stehen da. Dieser Haus. Komm mal rauf. Alle, alle? Was soll denn hier? Ja, genau. Nein. Die Kettensäge bringt ja nichts. Die werden vielleicht alle, wenn wir Glück haben, so als Kettenreaktion explodieren. Ja, perfekt. Jetzt kannst du dich schnell noch wiederbeleben. Wo bist du? Da. Jawohl. Hat ja sogar geklappt hier. Ein großer Blutfleck. Weg hier. Na, dann mach mal. Ich gehe mit meiner Latte her. Boah, wie viel Zeugs hier liegt da, hm? Aber ist ja, glaube ich, hier schon fast Rekord hier, was hier rumliegt, hm? So, jetzt rein hier. Einmal speichern, hm? Tut so. Bin ich müde. Er hat gespeichert. Stand hier. Bin ich müde. Wirst du loswerden irgendwie? Ja, weil du halb tot bist. Boah, ich habe ja Zeugs gefetzt. Na, ja. Hier runter, dann den da, hier, da. Ja, ich kann aber erst einmal tanken, hm? Ich glaube, da waren alle. Jetzt habe ich zwei Kanister voll und die Gemmseger voll. Ja, ich weiß, wofür es gut ist. Da ist gut gewusst, ja. Hier sind viele Väter auf der Insel. Da habe ich doch noch getroffen, hier ein paar Mal. Langes Ohr. Ist auch mal ein Boot. Ja, sind wir mitgekommen, hm? Ach, dat ist dat, okay. Genau, hm? Waren hier lang, hm? Oh, da waren wir ja ganz grob. Wart sei, da waren wir nicht alleine. Da war ganz king up, hm? Oh, wie viele Vögel gibt es denn hier? Ja, hier ist einiges los. Oh, oh. Und wir kriegen wieder Nacht. Levelaufstieg. Aber ganz schlechter Zeitpunkt. Oh, noch ein dicker. So, das war ein Paket davon. Ich muss gleich wieder sprengen. Ich hoffe mal, ob ich mal einen Levelaufstieg eben machen kann. Ach, nein. Super, so Leute, Zielen und Stärkebooster herzustellen. Okay, das geht gerade aus hier. Kann ich noch nicht machen. Ja, erhöht den Schaden gegen heute Brandgeräten. In Zugriff wird um 50 Prozent. Muss ich ja machen, quasi. Oh, scheiße. Lebt's noch? Nee. Zwei Stück waren nat. Ich hab dich noch gesehen. Da war ein Bildschirm brand. Ganz direkt. Glaub ich, Christian. Oh, wie, das die kleine Spinne bringt eigentlich rum. Tatsächlich. Die Spinne das nochmal unterbrochen, hier war alle. Hier muss ich mal eine Bombe werfen. Bombe, Bombe. Wo? Da. Na, ich glaub, die war nix. Da oben. Da. Boah, wir gehen hier schon wieder für ne Party ab. Boah. Boah. Alter. Boah auf die Motorräder. Ja, ich, ich werde, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es überleben werde hier. Lauf nicht, weg. Boah. Das hätte ich hier überlebt, hm? Ist ja irgendwo in der Nähe jetzt unser letztes Paket da. Ach, das sind nur noch zwei Pakete, hm? Ich glaub, hier hoch. Ach, guck mal, das ist doch ganz am Anfang am Spiel gewesen. Da waren auch diese Dinger dahinter. Kannst du dich erinnern? Das war ganz am Anfang des Spiels, hm? Ja. Wieder zurück am Anfang, hm? Damals standen hier nicht so viele von den Dicken. Nee. Da sind ja ganz schön viele Dicke. Ähm, da links rum, so. Ah, scheiße, der war so nah, der war so nah. Schieß auf mich. Schieß immer noch auf mich. Oh, der war nicht, ich darf mal hier. Nee, was ist denn? Okay. Ah, da oben, da war es um die Links. Oh, nee. Oh, Zombie-Hirsch. Du musst ihn schaffen. Nee, auch nix. Oh, scheiße. Weil so weit weg war es. Ich bin jetzt tot. Das war auf jeden Fall schon mal unser Paket, glaub ich. Der ist oben. Nein, das liegt noch da. Oh, ich hab ganz vergessen. Oh, da oben war das Paket. Nein, 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 nein. Oh, wo sind wir denn jetzt hier? Ach, ja, okay, das geht ja noch. Ja, oder wir machen, wir machen hier nochmal einen Cut. Was ist das? Haben wir jetzt hier ein, zwei Päckchen noch und dann nochmal zurück und dann... Oder nochmal hier 18, genau, noch die beiden letzten Päckchen. Ja, dann immer noch nicht am Schluss. Immer noch hier auf Päckchensuche seit drei oder vier Folgen. Trotzdem vielen Dank fürs Reinklicken und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao. Ciao.